Hallo, willkommen zurück bei Battlefield 3, mit Luke und Malte. Wir zaubern Erinnerungen auf den Zilkark und ich werde währenddessen lieben, irgendwann. Dann wird Luke alleine weitermachen. Und viel Spaß! Ja, wenn ich nicht so lange laden würde. Ja, egal, ein gutes Spiel braucht lange Ladezeiten. Das wär's nicht gut. Man sehe Spiele wie Terraria oder... Nein, Terraria hat sein eigenes Jahr, aber auch nicht wirklich lange zum Laden. Oh mein Gott, mach hin, ey! Ja, aber wir lädern immer noch. Was spiel ich denn für eine Wache? Ich liebe Autofahren. Vor allem in Battlefield, da dobst man so schön, wo... Oh ja. Denn es kommt noch ein neues Spiel mit der Frostbite Engine. Was für ein Spiel? Irgendein Spiel kommt den Best noch aus mit Frostbite Engine. Auf jeden Fall Need for Speed Most Wanted, auch geiles Spiel. Das neue ist auch mit der Frostbite Engine. Da springen die Autos auch genau so rum. Das ist genau das gleiche Fahrfeeling. Hast du das, oder was? Nein, nein, hab ich leider nicht. Ach so. Ich steh nicht so auf Rennspielen, ich bin Rennspielen immer an der Loop gewesen. Ich mag auch keine Rennspiele. Ach ja, äh, ich mach hiermit schon mal eine Ankündigung, und zwar in naher Zukunft Videos durch DuckCraft 2, die Singleplayer-Kampagne durchzuziehen. Und da könnt ihr eben über die Schulter gucken. Gut, das haben schon einige gewollt, dass ihr SC2 bestellt. Ich werde davon mindestens einer Justus. Wenn das ein Kree-Paw-Mann wäre, dann war das Justus. Ah, dann war's Justus. Gut. Hey. Ah, mit der AK spielen. Sind wir überhaupt in einem Team? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung. Hey, Ghostpack ist drin. Ja, und der Ghostpack ist ein Freund von mir, ist aber nicht gerade in Skype, weil wir gerade aufnehmen, aber da Malte... Und ich bin ein gegnerischen Team. Gut. Oh, ich wurde rausgescheitert. Ja, da Malte gleich gehen wird, oder bald gehen wird, werde ich dann paar Folgen mit ihm aufrufen, wenn er will. Oh, also... Achtung an alle Säulen haben, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Ich bin nicht so, wie will ich den Fäller jetzt abmachen? Oh, geliegt in the Crestside. Oh, da ist also eine Anti-Adi-Adi-Adi-Adi-Adi-Adi-Adi-Adi-Adi-Adi-Adi-Adi. Egal, jetzt kann ich mal gucken, vielleicht kann ich Team-Wechsel, das wäre sehr, sehr angenehm. Komm schon, spring rein. Ja. Team-Wechsel, ja. Ja, ich bin Team-Wechsel. Unser Squad ist voll. Ja, dann machen wir ein neues auf. Aber dann ist, ähm, Ghost-Pack nicht da. Dann schreib mal im Chat für alle, dass Ghost-Pack unserem Squad-Join soll. Okay, aber erst wenn ich sterb, sonst wäre es unnötig. Ja. Achtung, Einsatz-Ziel ist neutral. Ja. Gut. Hm, woher gehen wir denn? Ähm, ich war gerade über den Sniper-Hügel bei B. Mit Ghost-Pack und irgendeinem anderen FUZE, den ich nicht kenne. Ja. Ich bin bei D. Wie ihr seht, ich kann super gut fahren. Okay. Bei D. Wo ist D? D ist Baustelle. Ja, jetzt gehe ich aber zu C, weil C gerade eingenommen wird. Komm zu C. Na komm her, du kleiner Spacken. Okay. Ich habe dich gesehen. Wo ist der bei C? Siehst du ihn? Oder weißt du? Da drüben im Haus. Hier warst du doch. Komm, Thornton, Ghost-Pack, du kriegst ihn. Ich habe ihn. Okay. Bist du das? Ja, das siehst du. Okay, hast du schon neues Wort aufgemacht? Ja. Okay. Wette nicht, ich fahr jetzt bei Athen. Das wäre jetzt so schlau. Oh, da steht ein Panzer, ist genauso schlimm. Ja. Ich werde drauf gehen. Oh, ich leb noch. Boah. Nein. Ah. Gott. Bin ich schlecht. Ich mag so große K. Ich habe deine erste Hilfe. Oh Gott. so, mal gucken na, da ist ein Tank da ist der Tank ich bin jetzt weg ok also Leute, viel Spaß noch bei Battlefield 3 tschüss dann bis irgendwann jetzt schreibe ich gerade mal boah so hä, hab ich jetzt das Team gewechselt oh man so jetzt haben wir's ok dann würde ich sagen ab zu D, A, C und B erstmal zu B ok Ghostback ist raus und ich bin auch raus hm jetzt darf ich laufen ich fühle mich ja schon fast wie ein Daisy oh, ist das jetzt ein Sniper? hm hehehehe boah, ist die ungenau auf die Ferne die Scar H ist besser so au nimm dir das Medi-Kick wo ist die? scheiß Chat äh die hab ich hehehe gut und weiter Dock-Tag sammeln und weiter da ist noch einer aber den treff ich nicht den treff ich nein, 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 nein oh, komm hm ich kümmere dich um deinen Scheiß hm ja an dieser Stelle müsste ich vormerken, dass ich kein guter Flieger bin dass ich's überhaupt nicht drauf hab ufff und am PC find ich das Fliegen auch einen Kramm ja höhö, ich bin tot hm Oh ja, ein Heli kann ich fliegen. Ja, kann ich. Oh. Ich kann ja gar nicht treffen. Mann. Ey. Wie muss das sein? Panzer S1? Was ist das denn? Kann ich damit fahren? Nein. Achso. Ja, das bringt mir hier sehr viel. Warte mal, da kommt ein Jet. Wo ist der Jet? Oh Gott, jetzt darf ich alles gucken. Na dann. Oh, was passiert, wenn ich mich jetzt hier auf die Startbahn stelle? Okay. Gut zu wissen. So, wie es aussieht, verlieren wir jetzt gleich. Bestimmt, weil Malte nicht da ist. Malte ist dran schuld. Flameteen. 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 Los. Flameteen. Du 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 du. Nein. Immer rechts fahren. Immer rechts. Oh, da kommt ein Panzer. Okay. Nein. Ich will nicht sterben. Boah, diese Super Hornet. Oh, Mann. Und der hat es überlebt, oder was? Na super. Nehmen wir den. Oh, das war zu früh. Tschüss. Oh, Scheiße. Boah, sind wir schlecht. Ich hab's heute irgendwie nicht so. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's heute nicht so. Ja. Hui. Ich bin heute irgendwie ein bisschen ruhig. Und verloren. Gut, aber wenigstens noch ein Rippen gekriegt. Okay dann, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.